Hallo, willkommen heute zur Lösung von Gleichungssystemen mit Hilfe der Matrix. Wir haben hier ein Gleichungssystem mit drei Unbekannten gegeben. Man kann die Matrix auch für 4, 5 oder so verwenden. Das Grundprinzip ist immer gleich. Also entweder man löst es hier mit Technologie, wenn man keine Technologie hat, kann man natürlich verschiedene Schnittverfahren anwenden. Aber am einfachsten, finde ich, ist einfach hier die Matrix-Schreibweise, um so ein Gleichungssystem eben zu lösen. Es geht zudem auch ziemlich schnell. Also ich rechne jetzt jeden Schritt einzeln. Das muss man aber im Endergebnis nicht machen. Dann ist man wirklich viel schneller, als mit so manchen anderen händischen Methoden dieses Gleichungssystem zu lösen. Und am Anfang habe ich jetzt mal das Ganze in eine vereinfachte Matrix-Schreibweise geschrieben. Ich habe jetzt die Koeffizienten x, y und z bereits weggelassen, denn die brauchen wir jetzt vorerst noch nicht. Also wir schreiben das Ganze hier so auf. Also in der ersten Zeile haben wir diese erste Zeile ohne den Koeffizienten, zweite Zeile die, dritte Zeile die. Es fällt schon mal auf, ich habe es hier schon schön untereinander geschrieben, alle x-Werte, alle x-Variablen, z-Variablen und y-Variablen werden hier auch untereinander geschrieben, wenn eben so wie hier kein x vorhanden ist, setzen wir einfach eine Nuller dran. Hier so einen schönen Strich mache ich immer und das Ergebnis. Um dieses Gleichungssystem zu lösen, müssen wir jetzt schauen, dass wir eine Dreiecksmatrix zusammenbekommen. Das heißt entweder dieses Feld hier oder dieses Feld hier rauf oder irgendein Feld, das es hält, also es kann eh noch vier geben, entweder das Eck hier unten, das Eck hier oben, dieses Eck oder dieses Eck. Irgendeines von diesen Ecken soll oder besser gesagt muss jetzt mit Nullen gefüllt werden. Also so wie ich es jetzt hier eingezeichnet habe, müssen wir jetzt eben schauen, dass wir diesen Dreier und diesen Minus Zweier hier wegbekommen und jeweils eine Null dran setzen, denn dann können wir eben das Gleichungssystem lösen. Also wie gehen wir da jetzt vor? Es gibt jetzt wieder mehrere Möglichkeiten. Ich sehe jetzt hier schon mal, okay, die erste Zeile möchte ich jetzt mit der dritten Zeile so verpacken, dass eben da unten der Dreier zu einem Nuller wird. Wie mache ich das Ganze jetzt? Ich multipliziere die erste Zeile jetzt eben mit mal 1,5. Ich habe jetzt eben nichts anderes getan, als die erste Zeile mit mal 1,5 zu multiplizieren und jetzt sehen wir schon mal diesen Dreier und diesen Dreier, also den oberen Minus Dreier und den unteren Dreier, den können wir jetzt eliminieren, und zwar indem wir jetzt einfach die erste Zeile plus der letzten Zeile rechnen, wo jetzt eben das herauskommt. Wir haben gesehen, Minus 3 plus 3 ist logischerweise Null, somit haben wir hier das schon weg. Somit haben wir hier schon mal einen Teil von unserer Dreiermatrix. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir eben die 19 wegbekommen, dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Wie machen wir das jetzt wieder? Es gibt, wie gesagt, wieder mehrere Möglichkeiten. Man kann jetzt die zweite Zeile mal 4,75 rechnen. Jetzt haben wir hier wieder Minus 19 und Plus 19. Das Ganze können wir jetzt wieder mit Plus zusammenzählen, damit wir im Endergebnis hier unser Dreieck bekommen. Somit sind wir auch schon fertig. Also ihr seht, es geht eigentlich ziemlich schnell, es ist nur ein bisschen Schreibarbeit, kann man sich aber ersparen, indem man das Mal und das Zusammenzählen in einem verpackt. Muss man natürlich aufpassen, dass man sich eben nicht vertut, oder man gönnt sich eine Minute länger und ist dafür dann fehlerfrei. Um wieder ein bisschen zurückzukommen auf die Matrix-Schreibweise. Ich habe generell immer die verkürzte Matrix-Schreibweise hergenommen. Einfach hier die Koeffizienten, einen Strich und hier das Ergebnis. Wenn man es schön ausschreibt, dann würde jetzt hier dastehen. Sprich unsere erste Zeile, zweite Zeile, dritte Zeile, wie hier auch. Dann x, y und z und das Ergebnis. Dabei ist jetzt eben zu beachten, dass eben die erste Zeile hier x, die zweite Zeile y und die dritte Zeile z ist. Und hinten dann das Ergebnis. Wenn wir jetzt das kennen, dann können wir jetzt auflösen und zu unseren Koeffizienten x, y und z schließen. Dazu gehen wir einfach ganz normal her, wie beim Malengleichungssystem. Schauen wir uns jetzt das an. Das ist x, das ist y und das ist z und das ist das Ergebnis. Nachdem hier das alles 0 ist, haben wir hier 41,5 z ist gleich unser Ergebnis von 75. Wenn wir jetzt durch 41,5 dividieren, dann kommen wir auf unser Ergebnis und zwar z ist ungefähr, ist begründet 1,81. Das Ganze können wir jetzt auch für y für die zweite Spalte hernehmen und zwar haben wir hier wieder x, 0, y ist diesmal minus 19. Unser z ist 47,5 mal z eben. z wissen wir, somit können wir jetzt y ausrechnen und zu guter Letzt wissen wir jetzt alle zwei Koeffizienten. Einer fehlt noch x, dafür setzen wir einfach in die oberste Gleichung ein. Hier oben habe ich zuerst noch das y vergessen, hier gehört natürlich ein y hin. Wenn wir jetzt eben das Ganze ausrechnen, dann kommen wir auf x ist 3,01. Also wie ihr seht, es ist eigentlich relativ einfach. Man kann sich jetzt nicht so viel vertun. Man muss einfach schauen, wie kommt man jetzt auf die Nuller, wie kann man die eben herzaubern, sage ich mal. Und ja, dann, wenn wir das Ganze gelöst haben, haben wir eben hier unsere Nuller und somit können wir ganz einfach das Gleichungssystem lösen, da wir in jeder Zeile, sage ich mal, in jeder Gleichung nur eine unbekannte haben und die dann eben Schritt für Schritt lösen können. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Wünsche noch alles Gute, haut rein und ciao.